Karl I. von Hohensollern war von 1525 bis 1575 Graf von Hohensollern aus dem Haus Hohensollern. Er war Reißherbkämmerer und Reichshofratspräsident des Heiligen Römischen Reichs. Leben Karl war der älteste Sohn des Grafen Eitel Friedrich III. von Hohensollern aus dessen Ehe mit Johanna von Wittem, Tochter des Philipp, Herr von Bersel und Bautershem. Kaiser Karl V. war ein persönlicher Freund seines Vaters und sein Taufpate, weswegen er den Namen Karl trug. Ebenso war Eleonore von Kastilien, Königin von Portugal respektive Spanien seine Taufpatin. Die guten Beziehungen zu Karl V. ermöglichten Karl später frühzeitig hohe Positionen im Reich zu bekleiden. Karl V. finanzierte Karl ab seinem 12. Lebensjahre eine Ausbildung in Madrid. Der Graf war Reißherbkämmerer und später noch Reichshofratspräsident. Der Reichshofrat in Wien war eines der beiden höchsten Gerichte im Heiligen Römischen Reich. Die Stelle des Präsidenten erlangte Karl kurz nach seiner Volljährigkeit. Er erhielt 1534 von Kaiser Karl V. die Grafschaft Siegmaringen und die Grafschaft Weringen zur Regentschaft und 1535 als Reichslehn. Siegmaringen gehörte zuvor den Grafen von Werdenberg. Im Vollendorfer Vertrag vom 15. Februar 1540 verglich sich Karl mit Graf Friedrich von Fürstenberg, dem Erben des Allodialbesitzes. Der ihm in Siegmaringen, Leitz und in Zickhofen Teile des Allolots verkaufte, Karl verfügte noch über die ungeteilten Besitzungen. Das Hausgut befand sich seit 1558 mit dem Tod des Hohenberger Vätters Jobs Nikolaus II ungeteilt in seiner Hand. Die Besitzungen umfassten die Grafschaften Zollern, Siegmaringen, Weringen, Böhringen, Heigerloch und zudem Werstein. Nach Karls Tod 1576 wurde der Besitz unter seinen Söhnen aufgeteilt und es entstanden vier Linien. Das erste Zollerische Hausgesetz von 1575 bestimmte die Einführung der Primogenitur. Der älteste Sohn Eitel Friedrich IV. erhielt Hohensollern Heching, das Stammland der Familie. Hohensollern Siegmaringen mit Böhringen fiel an Karl II. Der zweite Hohensollern Heigerloch an Christoph. Der enterbte Sohn Joachim von Zollern begründete eine vierte Linie. Hohensollern Heigerloch erlosch 1634 und die Besitzungen wurden gemäß dem Hausgesetz von 1575 mit Hohensollern Siegmaringen vereinigt. Die Linie von Joachim von Zollern erlosch mit seinem Sohn Joachim Georg 1622 bereits wieder. Ehe und Kinder. Karl heiratete 1537 Prinzessin Anna, Tochter des Markgrafen Ernst von Baden-Dorlach, mit der er folgende Kinder hatte, verfried. Marie, Ehefrau des Schweigart von Helfenstein, Präsident des Reichskammergerichtes, kaiserlicher Stadthalter von Tirol, Autor, Publizist und Förderer der katholischen Reform Eitel Friedrich IV., Graf von Hohensollern Hechingen. Karl II., Graf von Hohensollern Siegmaring, Johanna, Marie Jakobäuer, Frau von Leonhard V., von Harrach, Eleonore, Christoph, Graf von Hohensollern Heigerloch, Magdalene, Nonne in Holz, Joachim, Graf zu Zollern, Konigunde, Nonne in Insekufen. Untertitelung des Zollern Hechingen